Und dann auf einmal war die Überraschung ganz groß, als der Roller auf einmal weg war. Wie ihr wisst, ich und der Bedia-Mod, wir sind ja so. Das ist der iX. Ist aber auch ein geiles Auto, vor allem der mit seiner Verlierung war auch ganz okay. Vor ein paar Tagen habe ich einen Audi Q8-Fahrer getroffen, welcher dachte, dass er schneller ist als ich. Ach, einen guten Morgen, YouTube. Also, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Ich hoffe, dass es euch genauso gut geht wie mir. Ich bin seit neun unterwegs, im Park gechillt. Beste Leben, Genossen, Junge, beim letzten schönen Tag, den wir noch haben, bevor es jetzt wieder eine Woche regnet in München. Ich hoffe natürlich, dass ihr genauso sinnvoll euren Tag verbracht habt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was machen wir sonst noch? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind jetzt auf der Hauptstraße. Wir fahren einfach mal in die Stadt. Mal schauen, was in der Stadt so abgeht. Ich habe eigentlich eine lustige Story, die ich erzählen kann, nämlich wurde der Roller meiner Schwester abgeschleppt. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil damit ein Roller abgeschleppt wird, da muss schon sehr, sehr viel schiefgelaufen sein. Aber, Maschallah, boah, damit ein Roller abgeschleppt wird, muss man echt viel falsch machen. Und meine Schwester hat das auf die Reihe bekommen. Die Dame hat es nämlich innerhalb von vier Monaten nicht geschafft, zur DVK zu genutzlichen Kennzeichen zu besorgen. Das ist eine Sache von 15 Minuten. Wir haben gleich ums Eck bei uns ein DVK, wo sie nur rein muss, ihre Daten abgeben muss und ein Kennzeichen dafür bekommt. Und das hat sie innerhalb von vier Monaten nicht geschafft. Und dann auf einmal war die Überraschung ganz groß, als der Roller auf einmal weg war. Natürlich hat sie die Polizei angerufen, das Kennzeichen durchgegeben. Ja, der wurde abgeschleppt. Nach Dachau. Weil es in München wohl keinen Abschleppplatz gibt, hat man den bis nach Dachau verschifft. Moral aus der Geschichte, sie muss jetzt zur DVK, oder besser gesagt, sie muss zum Abschleppunternehmen, muss ihre Dokumente aus dem Roller herausnehmen, muss damit zur DVK, muss ein neues Kennzeichen besorgen und muss dann wieder zum Abschleppunternehmen. Also muss sie am Ende das Geld fürs Kennzeichen zahlen und nochmal 100 Euro jetzt als Strafen drauf. Das war Safe-Wert die vier Monate, oder? Ansonsten hätte ich heute eigentlich noch was vorgehabt. Ich hätte noch kurz zu meiner Mutter nach Haar fahren müssen. Ja, ich habe sehr lange über diesen Satz nachgedacht. Nein, es gibt keinen Weg, es irgendwie gut beschreiben zu können, dass man jemanden in Haar besucht. Ich sollte meine Mutter in Haar besuchen gehen, wegen ihrem Fernseher was. Sie hat einfach keinen Bock heute, weil es zu schönes Wetter, sie ist auch nicht zu Hause. Scheiß drauf, Digga, mach mal am Wochenende. Ansonsten wollte ich gestern eigentlich auch noch ein Auto aufnehmen, draußen in Dachau, bei der Schule, wo ich nicht hingegangen bin. Weswegen ich dann auch leider nicht meine Ausbildung als Bürokaufmann beenden durfte. Wie ihr wisst, ich und der Media-Mod, wir sind ja so. Und gestern dachte ich, der Media-Mod heute arbeite. Nee, Digga, gar kein Bock. So, das war dann auch alles, was ich erzählen wollte in dieser Folge. An dieser Stelle München. Do your thing und produzieren Video für mich, bitte. Moment, München, bevor du dein Thing machst, ich habe noch eine Sache zu erzählen. Mein Führerschein. Ja, ich habe mich wieder gemeldet bei meinem Fahrlehrer mit, ey, Diggi, wie geht es dir so? Hin und her erklärt, wie es aussieht. Seine Antwort. Ich melde dich an und dann mach mal Stunden, kurz bevor du die Prüfung hast. Danke dir, Digga. Genau, das Fleck hast du mir auch vor drei Monaten geschrieben. An dieser Stelle einfach eine Runde Applaus an meinen Fahrlehrer. Danke dir, Digga, auf jeden Fall für deinen Support. Yo, yo. Imagine, du wartest zwei Stunden, um in Lasteria was essen zu dürfen. Ist es der iX? Joa, wahrscheinlich. Also innen ist dieses, ja. Ja, 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 das ist er. Der iX. Ach, was soll man dazu sagen, ne? Ist halt nicht schön. Egal, wie du es drehst und wendest, das Auto sieht nicht gut aus. Hinter mir steht ein McLaren. Der Fahrer ist vielleicht so alt wie ich, Digga. Joa, was ist denn das für eine Folie? Ah, die fühle ich schon ein bisschen. Ah, da ist ein McLaren. Joa, der Typ ist halt kein Stück älter als ich wahrscheinlich. Ja, die Soko-Auto-Poser. Ja, mein Bruder, ich verstehe es schon. Schwarzkopf und direkt angehalten. Topos, Lady Gustav, Satop und Sandspagnas. Du machst du so. Sehr. Glückwunsch. Junge, Junge, Junge. Yo. Masquerade ist einfach fuller als full. Mashallah. Joa, das kann man machen. Ah, der Bocchi 1 im Type R. Ist aber auch ein geiles Auto, Digga. Vor allem der mit seiner Verlierung war auch ganz okay. Jetzt ist die große Frage, warten wir oder sagen wir uns wieder warten? Ist das für Autos? Ich glaube, ihr seht, was ich vom Warten halte. Mensch, warum brennt sich denn der Porsche so stark? Ja, okay, weil die ganzen Fahrradfahrer fahren wie komplett gestörte. Ist das verständlich. What the fuck war da mit dem BMW hinten gerade los? Also ich darf das leider nicht zeigen. Ich meine, meine Cam ist kaputt gegangen. Leider Aufnahme irgendwie. Ich will auch gar nicht behaupten, dass der BMW hinter mir erwartet hätte, dass er schneller ist als ich. Aber vielleicht hat er das wirklich gedacht. Schau dir die ganzen freshen Boys da an. Jetzt, wo ich ja die Situation habe, dass ich wieder neben drei sehr jungen Leuten stehe, mit einem doch etwas stärkeren Auto, fällt mir eine Story ein. Und zwar, vor ein paar Tagen habe ich einen Audi Q8-Fahrer getroffen, welcher dachte, dass er schneller ist als ich. Spoiler, ich dachte auch, dass er schneller ist als ich. Und dann, auf einer natürlich abgesperrten Teststrecke, wo sonst, habe ich herausgefunden, dass 0 bis 100 ich doch ungefähr so schnell bin wie der Audi. Danach hätte er mich wahrscheinlich abgezogen, aber ich sage es mal so, bis 100 hatte er nicht wirklich eine Chance gegen mich. Und dann ab 100 ist er halt zurückgefallen, weil er wahrscheinlich gebremst hat, weil die Teststrecke sehr, sehr kurz war und wir schon sehr früh bremsen mussten. Ja, das wollte ich jetzt unbedingt noch rausbekommen, bevor das Video zu Ende ist. Wenn es euch gefallen hat, YouTube, dann gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, zeigt das Video allen euren Freunden, allen euren Verwandten. Alle euren Bekannten, auch einfach wildfremden Leuten auf der Strafstelle. Ich meine, warum nicht? Genießt das wunderschöne Wetter, so wie ich es heute auch getan habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.